Jede, dann gehen wir mal ganz kurz hier noch die Sachen wieder ein bisschen looten, weil wir brauchen Munition. Immer noch. Oder mal wieder. Hier finden wir noch mal ein bisschen Heilungspackage. Das finde ich auch ganz gut. Jetzt können wir hier nämlich auch wieder mal ein bisschen Licht anmachen. Ich merke gerade, dass meine Nase leicht verstopft ist. Meine Jede. Die ist aber nicht gut. Gut. So, haben wir denn hier noch irgendwen irgendwas liegen lassen? Vielleicht? Nee? Nee? Liegt da bestimmt noch was? Nee, eigentlich. Schade? Schade. So, die Jungs haben wir leider Gottes. Man hätte einfach auch sagen können, hey, hallo. Ich bin Eddie, äh, nee, Abby. Und, äh, bin eigentlich friedlich. Aber nein, man muss sich gleich ins Gesicht schießen. Ja? Weil anders geht's ja nicht. Äh, es wär, äh, naja. Egal. Das macht alles super viel Sinn. Gar nicht. War gut. So, dann haben wir hier noch ein paar Heilungspacks. Hier haben wir wieder ein paar Sachen, die wir wieder so zum Herstellen brauchen. Ich hab auch super, super gut meine, äh, Granaten genutzt. Meine Rohrbomben. Ja, ich lieb die ja wie sonst was, aber... Top genutzt. Gar nicht. So, und jetzt werden wir trotzdem dennoch weiter ins Innere laufen, um... Keine Ahnung. Um gegen meine eigenen Leute zu kämpfen? Oder was? Oder wie? Oder unterstützen wir die jetzt, obwohl sie uns gerade abgeknallt haben? Also die anderen halt. Ach, du Scheiße. Die beschütze uns. Ja, wir müssen hier weg. Der beschützt uns denn? Also, was? Ach, die fahren da hin? Oh, lol. Das hab ich hier gar nicht gesehen. Äh, ja, gut. Ja, die, äh, wie jetzt... Oh, nein. Hör doch einfach auf. Alter. Dixer, ey. Ja, den hast du im Hinterkopf gehabt. Hör doch einfach auf... ...auf mich zu ballern. Was? Durch welche Hütte? Und wieder keine Munition. Krass, doch was. Was willst du denn jetzt mit den Kindern? Lass mal ganz kurz hier hochklettern. Ich wünsch mal ganz kurz gucken, was hier noch so... ...was hier noch so liegt. Ne? Weil wenn wir jetzt hier einfach nur von A nach B rennen, ...dann haben wir doch die ganzen Lootpoints nicht. Das macht aber gar keinen Sinn. Was ist das denn? Also hier gibt's erstmal nochmal Munition. Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt so ein Logbuch, wa? Lass mal kurz gucken. Benjamin. Alles okay. Jared. 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 Jagd-Truppe ist ins Wolf-Gebiet aufgebrochen, sonst keine Vorkommnisse. Silja. Alles okay, sie beschützen uns. Thomas. Der Abriss des Gebäudes in der Altstadt verursacht viel Staub und Lärm. Aber bisher keine Anzeichen von Wolf-Aktivitäten an ihrem Ufer. Ansonsten nichts zu berichten, sie führe uns. Mary. Einzelne Wolf-Boote auf dem Kanal gesichert, aber keinen Alarm ausgelöst. Der Junge Maxwell soll die Ältesten informieren. Sie führe uns. Peter. Alles okay. Der Rafikensymbol. Höh? Habe Sichtkontakt zum Jagd-Trupp. Sie sind auf dem Rückweg. Die Farmer haben das kontrollierte Feuer im Wald entfacht. Wolken am Horizont. Sie schütze uns. Alles okay? Leichter Regen, trotzdem gute Sicht. Die Fütterbohle sind gut zurückgekommen, sonst keine Vorkommnisse. Thomas. Starker Regen, schlechte Sicht. Wolves. Mehrere Boote nähern sich der Ostküste. Ich löse Alarm aus. Sie schütze uns. Okay. Okay. Ja, schön. Ja, sie schütze uns. Was auch immer. Also, ja klar, ihre... Keine Ahnung. Göttin? Oder was auch immer. Sie da beschützt. I don't know. Aber hier sind Schüsse. Ah, das gefällt mir alles nicht. Ich wiederhole mich gerne, aber es gefällt mir alles nicht. Tabletten. Oh yeah. Tabletten. Hier gibt es noch einen Brief. Wollen wir uns denn hier nochmal durchlesen? Äh, nee. Lesen wir uns jetzt mal nicht durch. Weil... Weil... Ich will jetzt gleich nochmal was gucken wegen herstellen. Hier ist noch ein bisschen was zum Leben herstellen. Genau. So. Bogen. Nee, äh... Ein Pfeil. Hier könnte ich jetzt meine Waffen wieder verbessern. Aber dazu habe ich eigentlich noch zu wenig Stuff. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, hier würde es weitergehen. Da wollen wir aber noch nicht hin. Weil hier hinten haben wir nämlich noch ein Haus. Das werden wir jetzt auch nochmal erstmal vorher looten. Um zu schauen, ob wir hier noch was finden. Oh, wir finden hier auf jeden Fall Briefe. Was ist denn hier los? Prophet. Meine Prophetin. Mögest du meine Worte hören? Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolfs abgeschlachtet wurden. Jetzt macht sie schreiend auf und zuckt bei kleinsten Geräuschen zusammen. Wir ehren Henrys Märtyrertum, indem wir uns wie er um Moira kümmern, aber das reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Okay. Okay. Haben wir da so viele Briefe? Von verschiedenen Leuten? Das wäre heftig. Bin ich hier durch? Nein. Was ist das hier? Ich kann die Kerze anzünden oder was? Ah, nee. Das ist Moira. Nee, das ist die Prophetin. Aha. Okay. Ja, Schützi. So, jetzt ist die große Frage. Müssen wir hier lang? Wir können da nicht durch, weil ich keine Verstecke habe. Okay. Das verstanden. Dann müssen wir halt... Ja, wollen wir jetzt da wirklich hin? Komm, wir gucken erst mal kurz, was wir uns noch herstellen können. Also Medikit ist immer wichtig. Wir machen uns jetzt auch nochmal so einen Silencer. Kleinen Schalldämpfer. Und machen uns noch zusätzlich mal noch Munition für die... Für die Jagdgeschichte hier, für die Pistole. Oh Gott. Hier geht es doch schon wieder ab, oder? Okay. Vieh lauft darauf zu. Also. Ich würde jetzt erst mal sagen, wir werden die Folge hier für heute erst mal beenden. In der nächsten Folge werden wir zu diesem Turm laufen. Und da werden wir zwei Taktiken versuchen durchzuführen. Einmal, das werden wir gleich am Anfang machen. Rennen und sprinten wir einfach querfett ein durch. Und gucken, ob wir durchkommen. Falls nicht, gibt es die zweite Taktik, dass wir uns versuchen, über die Felder und dem hohen Gras sneaky dran vorbeizuschleichen. Weil ich glaube nicht, dass wir gegen die irgendwie vorkommen. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folge verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Und bis zur nächsten Folge sage ich erstmal, reingehauen. Also. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020